Was macht denn da der Kleine da, bitte? Hey, wie kommst du voran? Das Reisen kann ganz schön anstrengend sein. Ich hoffe, du bleibst sicher auf deinem Weg. Man muss immer wieder über den Weg laufen, glaube ich, langsam das Schicksal ist oder so. Oh, das sollte ich jetzt nicht seltsam klingen. Ja, nein, was du denkst. Ja, nein, wow. Deswegen Blumen draußen, darf man nicht vergessen? Das war ein tennatischerer. Das? Die alten Sagen erzählen von Asgard, wo die Götter leben und Niflheim, wo unsere Seelen kommen, wenn wir sterben. Achso, wohin unsere Seelen kommen, wenn wir sterben. Aber ich glaube an nichts davon. Hat jemand schon mal diese Orte gesehen? Wie naiv muss man sein, um solche Dinge zu glauben? Ja. Stimmt. Physischer Angriffsbonus. Oh, wieder herrscht in der Künsteleiste. Plus drei. Jetzt kann ich bloß noch ein Ding, glaube ich, machen. Äh, warte mal, was wollte ich hier machen? Blöttschlag. Stufe 1. Grabesrand Stufe 2. Das können wir mal Stufe 2 lassen. Weil Grabesrand setzt sich relativ selten ein. Das sollte jetzt leichter sein. Egon Harakwaii Jain. Ich hab's nicht gebraucht. Ich kann mich nicht mehr auf die Luft gehen. Begegnet man sich das erste Mal und versuchen sich selbst in die Luft zu jagen. Wir schreien uns. Das ist die Frage, ob wir für den nächsten Kampf jetzt dann nicht auf jeden Fall unsere ganzen Elemente immer richtig einsetzen müssen. Weil hier ständig wie so eine Vorschau kommt. Ein Wikingerdorf. Ah, dich hab ich gesehen. Kann ich mich angreifen oder was ist mit dem los? Oh, sie ist scheinbar nicht zu nem Ding geworden. Ich weiß es in meinem Herz. Du bist mir. Ich bin mit dem Hass, nicht zu sterben und schrecklich zu sterben. Aber um zu verlieren und zu attacken Menschen nicht zu schützen, bist du ein Fehler gemacht. Ich werde dich hier enden. Wer bist du? Ich werde später erklären. Ich werde späteren. Waffe dich selbst. Das sollte ich einfach sein. Liste aus. Liste aus. Liste aus. Liste aus. Wie er halt die anderen anschaut und dann nicht angreift der elende hund Wauw Das scheiß Ding hat sogar eine Art der Riemen. 1 Ey, wie ihr einen trotzdem erwischt Lass mich nicht mehr an, schlitzend! Lass uns den Lassern machen! Aber die Lassverlust! Hey, wenn ihr euch, schlitzendt! Achse natürlich nicht mehr an, Scheiße! Guck! Ich habe noch nicht zu verstehen, aber ich weiß, dass du meine Leute geschaffen hast. Dafür bin ich dankbar. Mein Name ist Christopher. Ich habe diese Lande und ihre Leute geschaffen, wie meine Vorfathers haben vor mir gemacht. Christopher... Es ist kein einfaches Weg zu sagen, aber ich glaube, dass dein König noch nicht exist. Was? Es ist wahr. Und nicht nur Lukada. Romali und Gelbur sind auch. In Wahrheit, in welchen Ort man denkt. Der Welt ist auf der Brink des Destruction. Mitgad's Kingdoms haben geflogen, und viele Leben sind verloren. Aber es gibt immer noch die Leute, die zu akzeptieren. Wenn du diese Leute möchtest, nehmen meine Hand. Aber wer bist du? Ich bin eine Valkyrie. Ein Leiter von Lost Heroes. Ich suche die souls von Kriegern, um mich in meine Reise zu retten, um diese Welt zu retten. Und wir sind unsere Chosen Ones. Unsere Enheria. Ich habe entschieden, dass ich lieber stand und kämpfen als eine Soul, dann in die Welt zu flog, wenn sie sich verlassen. Ja. Ich bin ein Leiter von Kriegern. Ich bin ein Leiter von Kriegern. Ich kann mich selbst über die Freiheit. sich selbst jetzt kann man sich auch einfach rufen sehr schön aber ich hätte gern Feuer gehabt mein Bettler hört zu, ich habe genauso viel Hunger wie du vor allem anderen auf den Nerven hä? ich dachte hier leben keine mehr was hättest du von diesem Land? wenn du deine Augen schließt kannst du dich dann nicht vorstellen wie es zu den Hochzeiten ausgesehen haben ist wir gehen einfach weiter die 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 Sie mag sich nicht wie eine verhalten, doch sie ist nichtsdestotrotz eine Prinzessin. Meine Sorge ist, ob sie die grausame Welt der politischen Intrigen und des Vatrats überstehen wird. Ist das... Armand? Hey! You remember me. I'm touched. What has brought you to this place? I come here pretty regularly to bring supplies. You know, medicine, tools, stuff that's hard to come by. Times are tougher than they've ever been. I just thought I could help by running a few errands for people. That's damn good of you. You do all that while you're out there searching for... whatever it is. Well in return they give me a place to stay and food supplies, so really everyone wins. Does it not occur to you that travelling around like that only heightens your risk of... you know... death? We all die someday. Whether we shy away from danger or not. The way I see it I may as well do something while I'm here. You have been lucky so far. But luck is fickle. You would be wise to abandon this dangerous journey... and live in peace... while you still can. I appreciate you trying to look out for me. But I can't stop until I've found what I'm looking for. And just what is it that compels you so? I'll tell you someday. I promise. I have a feeling we'll meet again somewhere. Well. See you. It's not like you to show so much interest in a human. Did it seem that way to you? in the village of the building in the area, in a great book. I really like to read it. I wanted to read it all here. It's so good that there are everywhere. It's so good that there are all monsters. It's nice to have my books here, so that everyone can read it. Can I get them to read it? Can I get them to read it? I can get them to read it. I have never heard anyone, who is so funny like you. You know, the girl. You can. You can... You can... You can be like a big kid. You can be really... You can be like a big kid. But you know, You can only follow them. You can even see anyone, who has a funken mind. You can only think of the big Odin. Oh, ist etwas das Thema? Es ist... ein anderer. Es gibt schreckliche Monster in dieser Fortress, Lade. Du merkst das, nicht wahr? Warum schreckst du dich, zu einem so gefährlichen Ort zu gehen? Ich suche jemanden. Ist das richtig? Und was Kind of Person ist das? Ich weiß nicht. Ich habe vergessen, wer sie waren. Bist du? Ich weiß nur, dass sie jemanden sehr speziell sind. Also, zeigen Sie mir die Weg, bitte? Du bist ein strangeer Mann, das ist sicher. Aber sehr gut. Ich mache das, was du. Danke. Dann gehen wir weiter. Wie fühlst du dich? Hm? Es ist nichts. Du bist ziemlich quiet für eine Zeit. Was ist das? Ich habe gedacht, über Menschen. Es hat mir niemals gebrochen. Aber es ist etwas undeniably resilient über sie. Es ist das? Es ist das? Es ist das gleiche Resilienz, das die Ancestors die Kraft zu bauen, die Kingdoms zu bauen. Und während wir wager fruitless Wars haben, die Menschen immer noch alle Hardscheiden. Aber waren sie wirklich so stark wie wir glauben? Oder ist es nur, dass wir nicht nur die Wege verletzten, die all die Wege verletzten? Es ist die Aufgabe der Strong zu schauen, für diejenigen, die sich nicht zu retten. Und als Gottes, die Strongest von uns alle, es macht Sinn, dass die Valkyrie haben die Verantwortung, die Menschen zu retten. Ich habe mich beschäftigt mit dem Verletzten der Welt. Ich kann mich nicht auf jeden Fall verletzen. Natürlich, die Welt von Verletzten ist wichtig. Es ist wichtig. Aber was ist der Sinn, in die Welt zu retten, wenn niemand in der Welt bleibt, wenn niemand in der Welt bleibt? Also, wir müssen uns die Verletzten zu halten. Wir müssen nur auf unsere Missionen fokussieren. So, jetzt lass mich mal hier in Ruhe meine Kisten zu legen. Woa! Alter, was ist denn los? Ich darf nichts mehr machen, war schön, dass du da was angelegt hast. Oh, ich hab die falsche Gruppe fällt mir gerade auf. Ich habe keine Angst. Christoph, hast du etwas überrascht, während deine Reise? Überrascht? Ja, jetzt hast du es erwähnt. Ich habe eine abnormale Zahl von Monster gesehen. Das kann wirklich gut sein. Wir haben uns die Umgebung beschäftigt. Lass uns die Umgebung überprüfen. Okay, lass mich mal schauen. Christopher, kämpft und erfüllte deine Bestenheit. Ich nehme sie von hier. Sei der erste, zu spüren. Lass uns die Umgebung überprüfen. Ich muss meinen Teil machen. Alter. Das geht mir gerade ab. Ja, das ist schiefst. Das schiefst das. Das ist schiefst. Das ist das, was ich mache. Das ist schwer, Herr. Held, Herr. Ich habe hier alles vor dir. Es endet jetzt. Ich glaube, das ist ein Problem. Oh, das war ich nicht mehr. Alter! Das ist ein nerviger Mistkerl, weil ich halt nicht mehr Dunkelheit hatte. Hagelschiff 2. Ein schmerziger Fehl. Wir müssen unsere Wände heilen und weitergehen. Okay. Verliebte Evo. Schweinerei. Und wie schaut's hier aus? Was kommt da? Eine Sequenz. Achso. Das sind viele Monster. Was sind sie da? Sie haben eine Art Barriere gelegt, um unsere Passage durchzunehmen. Wir müssen sie erst einmal verletzen. Vielleicht haben sie eines der Wände. Ich weiß nicht. Es gibt eine strange Presence hier. Strange und... Powerful. Ich muss sich näher kommen. Sei der erste, um die Schmerzen zu machen. Egon, ich brauche dich. Egon, ich brauche dich. Egon, ich brauche dich. Egon, ich brauche dich. Alter, was soll denn das jetzt werden? Egon, ich brauche dich. Ego. 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 Du hast hog teenager in den sache, Wow! Okay, put it in there. What's the matter? Oh wow! I like him. If you'll allow me. You're some crazy. Jetzt ist der auch schon dunkel halt Das ist der True Worker Das ist der True Worker Das ist der True Worker Oh, erstaunt! Was ist das passiert? Ich verstehe mit Egon. Ich verstehe, dass unsere Mission ist die Geschenke. Aber diese Leute haben so hart gearbeitet, um ein Leben zu erinnern. Sie können uns nicht nur ein bisschen Zeit, um ein Plan zu denken? Die Geschenke der Geschenke ist zu gefährlich. Ich kann es nicht mehr hier sein lassen, als es notwendig ist. Bitte, Valkyrie. Ich kann, aber ich kann das Blast stifle. Geh, schau mal an die Leute, die Leute. Geh einfach schnell an es. Ihre Kindheit wird nicht für Nort. Komm, wir müssen sie sofort bemerken. Ich werde auch helfen. Wir werden können alle schneller, wenn wir uns verletzen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 The gift is secure, with the surrounding lands still intact. I suppose we could have skipped the evacuation. Better to be safe than sorry, though. Thank you, Valkyrie, for heeding our words. I did not do it for your gratitude. I simply considered the negative effect a morale if the village were to be lost. But enough of that. To Asgard. 6x beschworen, 25, 46. Achso, ich dachte, die kommen level. ZDF, 2020